Blaues, sauberes Wasser, saftige, grüne Wiesen, der weiße Schnee in den Alpen. Sie spiegeln die Fahrtvielfalt unserer Natur wieder. Wer hoch hinaus will, der braucht ein Team, braucht Wissen, braucht Werkzeug, damit die Sicherheit auf dem Weg nach oben durch erstklassige Mittel gewährleistet ist und das gesteckte Ziel gemeinsam erreicht wird. Dafür stehen wir. Die CHT Switzerland AG mit Sitz in Montlingen im Schweizer Rheintal ist das Kompetenzzentrum für Farbstoffe der CHT-Gruppe. Service steht bei uns an erster Stelle. Zusammen mit dem Kunden erarbeiten wir nach seinen Anforderungen individuelle Lösungen. Unsere Leidenschaft sind Farben. Wir entwickeln kontinuierlich neue und nachhaltige Farbstoffe. Dabei setzen wir auf die neuesten Erkenntnisse der Umweltanalytik für Energie- und Wassersparende Produkte und Prozesse. Wir kooperieren eng mit den führenden Organisationen und sind ISO-zertifiziert für unser Qualitäts- und Umweltmanagement-System. Um diese hohen Standards zu erfüllen, wird in unseren modernen Labors sorgfältig gemischt, geprüft, analysiert und kontrolliert. Unsere Spezialisten sind praxisorientiert und ihr Können ist fachübergreifend. Unterstützt werden sie durch Hightech-Geräte. So lassen sich durch modernste Technologien schnell und zuverlässig Rezepturen für Farbstoffe und Chemikalien herstellen. Diese Neuentwicklungen werden dann in unseren Labors geprüft. Die permanente Qualitätssicherung in allen Produktionsschritten. Nichts wird dem Zufall überlassen. Wenn alle Checks bestanden sind, geht es zum eigentlichen Abfüllprozess. All dies ermöglicht höchste, gleichbleibende Qualitätsstandards. Made in Switzerland. In den vollautomatischen Hochregallagern warten die Hauptdarsteller auf ihren Einsatz. So kann stets rasch nachgeliefert werden. Unsere Logistikabteilung hat alles im Griff und sorgt für einen sicheren und optimalen Transport. Service bedeutet für uns auch, Know-how an unsere Kunden weiterzugeben. Neueste Entwicklungen und deren Einsatzmöglichkeiten werden vorgestellt und eingehend erläutert. Entweder in unserem Schulungszentrum oder beim Kunden vor Ort können unsere Spezialisten weitere wertvolle Ratschläge geben. Denn sie sind leidenschaftliche Farbstoff-Experten. Stürmen Sie mit uns gemeinsam die Gipfel. Wir sind gerne für Sie da. Wir. Die CHT Switzerland AG. Das Kompetenzzentrum für Farbstoffe der CHT-Gruppe. HELPF. OWN